Hallo, Deutsch, Oberstufe 3, Lektion 107. Heute machen wir wieder zum Abschluss den kleinen Vokabeltest. Wir fangen an mit Mainz, die abzocke. Eine Person abzocken, du ich go, zocken, du iso jo. Zocken, ich zocke, du zockst, ich go, spielen, gatschen wie mir im Lieder. Musen spielen? Game, gutscho, PC, 아니면 Computer, 아니면 Playstation. 이런 Game-Handungen, du ich zocke, 이렇게 많이 하고, 아니면 도박 이야기, du zocken, 로 변할 수 있어. Aber eine Abzocke ist etwas anderes, das ist natürlich Sagi im Nida. Also, don mani, tibu herhal, 이런 Sagi nun eine Abzocke im Nida. Das Horoskop, 자기 mire, tung, tung, 알고 싶으면 Horoskop 읽어야죠? Unser 이야기 im Nida. Und die Astrologie, das ist dann, 점zungszul, 이런 분야, 이런 과학은 아니겠지만, 일단 이런, 이런 분야. Das ist die Astrologie. 그 우주 이야기, 행성이나 별이나, 이거 제대로 공부하고 싶거나, 아니면 진짜 과학적으로 연구하는 거는 비슷하죠, 그죠? Astro, bla bla bla, 이거 별 이야기죠? Astro-nomi. 이 Astro-nomi, 우주 과학인데, Astro-logie, 점zungszul입니다. Dan, der Himmeltskörpa, 하늘, 몸인데, 이 몸는 어떤 채? 그렇다면, 하늘 할 때 전, 몸 할 때 제, 천재죠? 결국, 우주에 있는 여러 가지 물연들, 행성, 둥둥, das ist ein Himmeltskörpa. Nummer 5, das Schicksal. 이것도 중국에서 몇 번 봤죠, 그죠? 운명입니다, das Schicksal. Dann, wieder umgekehrt, 점쟁이, was ist das denn? 점쟁이 ist, 마하사가, also 결국, 운세 해주는 사람, 아니면, 기도하면서, 우리 미래 하는 사람, bla bla bla, das ist ein 마하사가. und 동창회, das ist ein 반 만남 도기로, das Klassentreffen입니다. Charisma, das Charisma, 도구대로 술주에 있는데, 원래 도기로는, die Ausstrahlung입니다. Zum Beispiel, eine positive Ausstrahlung haben, eine schöne Ausstrahlung haben. Also 결국, Strahlung ist immer 뭔가, 반짝 반짝 하는 거예요죠, 이렇게, 치우, 치우, 치우 하는 거예요죠? Also 어떤 사람한테, 뭔가 감정이나, 어떤 인상 주는, 이런 느낌, das ist die Ausstrahlung. Und, 낙살, 아니면, 우리가 무서울 때, 아니면, 너무 추울 때, 우리 피부가 어떻게 돼? Das ist die Gänsehaut, die Gänsehaut. Dann, 직관, 우리가 중국에서, Bauchgefühl 배웠죠? Das Bauchgefühl인데, 또 다른다면, die Intuitionが 있어요. Intuition, 용어랑, とか, 지구죠? Intuition. Solmyung, Talmota, Getseman, kunde, Mongakunyan, 아래요. Das ist die Intuition. Und, wie war's? Konntet ihr die meisten Wörter, richtig sagen, und auch richtig schreiben? Hoffentlich, ja. Ansonsten, könnt ihr nochmal, die Lektion, in Ruhe wiederholen, und so viele neue Wörter, wie möglich lernen. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Lektion. Tschüss.